Was kannst du mir beibringen? Haben wir schon gemacht. Also das hier. Alles klar. Lauf. Ich werde dir folgen. Gut. Aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Ja, ja. Wir bleiben dran. Wir müssen nur vielleicht noch ein paar Blümchen unterwegs mitnehmen. Aber da hast du bestimmt Zeit und auch Verständnis für. Denn Blumen sind Lebenskraft und gesund für Hals und Rachen. Wer hat's erfunden? Ja, die Petty Wars. So. Automatisches Speichern. Okay. Okay. Das ist immer so ein Hinweis dafür, dass gleich irgendwas ganz Fieses passiert. Oh, wo kommt die denn her? Petty, Attacke. Ich helfe dir. Come. Wow, ich habe beide gewoneshotted. Krasser Shit. Nein. Scheiße. Was ist das? Ja, ich komme. Ich habe mich gerade vertan. Bleib dicht bei mir. Ja, das tue ich natürlich gern. Am besten noch dichter, dichter, am dichtesten. So. Da, da, da. Oh nein, noch mehr Feinde. Aufgepasst. So. Und der Wolf hopp. Oh. Oh, der Wolf daneben. Ham. Oh. Ich wollte wieder auf die Null drücken. Ich hasse das. Bleib dicht bei mir. Ja, ja. Ich muss mir das umgewöhnen oder umbeliegen. Ja, ja. Wir müssen looten hier. So. Meine Mana-Tranke schlürfen auf dem Wege. Look. So. Führten die uns hin. Irgendeine Bruchbude. Unsere Diebe und Halsabschneider ermorden. Und unsere Leiche irgendwo vergraben. Und dann wächst daraus ein neuer Schatz. Ich glaube, so sind die Truhen auch in Risen entstanden. Da sind Menschen gestorben. Und aus ihren, ja, aus ihren Kadavern wuchs dann ein Schatz empor. Pam. Was? Als still, Patty. Nein. Aber ich muss mich noch mal anders hinstellen. Oh, hier. Ja, das war, naja, gut war es nicht. Es war eher so mittelmäßig. Bleib nicht bei mir. Ich würde sagen, befriedigend. Also eine 4. So in etwa. So sind hier auf einmal wieder Mobs. Ist das wegen der Patty? Hat das da getriggert irgendwie, dass da jetzt neue Gegner sind? Weil hier waren wir schon. Hier haben wir schon alles sauber gemacht. Hmm. Guck mal da. Noch mehr Feinde. Juhu. Was? Voll daneben. Hitboxen sind ein bisschen winzig irgendwie. Nein. Das ist doof. Hier. Das da. Oh, und? Ich habe keine Mana mehr. Warte. 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 Warte mal trinken. Bäh. Geh weg. Ich habe keine Mana, habe ich gesagt. Hier, jetzt. Das war's mit dem Vieh. Genau. So, und lösen wir die Probleme hier auf der Insel. Durch Feuerbälle und Mord und Totschlag. Da-da-da. Wo will denn die hin? Mein Gott. Genau sagen können sie wieder einmal durch die Insel laufen. Nein. Bleibt dicht hinter mir. Es ist nicht weit. Es ist gleich nebenan. Mir nach. Ja, ja. Warte doch. Mal speichern hier. Ich habe nur eine Hand. Die Tastatur gerade. Da macht es mir auch einen gemütlichen hier mit einem riesigen Brot. Wieso kann er von dem Brot mehrmals essen und wir rammeln uns das gesamte Brot immer rein? Ich meine, das ist schon irgendwie ein Unterschied, ob man so da sitzt und ein bisschen Brot nascht. So, zack. Oder ob man den hier macht. Oh, und dann ist es weg. Naja, egal. Wollen wir nicht in Frage stellen. Ja, auf zum großen Sumpf. Will die uns aber zu den Banditen führen und Kopfgeld kassieren? Hm, ein Wolf. Ein mächtiger, böser, normaler Wolf. Da, oh. Entschuldige, Petty. Bin da gerade ausgerutscht. Hier, oh. Ach, Mann. Halt still. Was? Ja, ich würde sagen, ein Mahnertrank. Mir nach! Ja, ja. Mal schön die Petty hier weggebrutzelt. Komm weiter! Knauze! So, looten. Warte, da sind Banditen. Vorsicht! Wir dürfen uns nicht sehen. Aha. War ich hier oben schon mal? Ganz am Anfang war ich hier irgendwo, ne? Stimmt, hier bei den Skaletten, ne? Ja, ja, ja. Also, so müsste ein Navi funktionieren. Mir nach! Komm weiter! Ja, ja. Da ist eine Truhe, stimmt. Bleib dich bei mir. Ja, ja, ja. Stimmt, diese Truhe hier. So, hier muss es sein. Äh, und nu? Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mache das schon. Na gut. Aber verliere den Schlüssel nicht, klar? Ups, da ist er weg. Warte mal kurz, ich habe was Wichtiges vergessen. Moment, ich muss kurz raustappen. So. Äh, Entschuldigung. Ganz wichtig. So. Ähm. Jetzt komme ich hier ran, oder was? Ah ja. Alte Schatulle. Der Name Stabert ist auf der Schatulle eingeritzt. Okay. Kann ich diese Schatulle jetzt vielleicht öffnen? Das ist eine schlechte Idee. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das ist eine schlechte Idee. Hm, sicher? Das ist eine schlechte Idee. Okay, dann geben wir ihr die jetzt quasi. Hier, guck mal. Ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. Hm. In der Schatulle ist etwas. Ach ja. Ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Ähm. Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Hm. Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piraten Kapitän Romanoff unter einer Decke stecken. Ja, selbstverständlich. Nur das. Jetzt reicht's. Du willst mich wohl verarschen. Ich reiß mir ein Bein für dich aus und du vertraust mir immer noch nicht. Ja, ja. Schon gut. Ich denke halt nur... Na, was denn? Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Was? Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt. Wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanoff. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So. Jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Und die Handbewegung so toll, die sie immer macht. Ähm, ich hab mal eine Frage. Und zwar... Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lang nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht. Aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ich ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanoff, wird mich daran hindern. Bescheuerte Armbewegung. Okay. Ähm, die sieht vor allem bescheuert aus, weil sie auch noch so komisch da sitzt. So, ich weiß nicht. Diese Engine, naja, gut. Egal. Ähm, ähm, Frage. Was denkst du hat Romanoff vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanoff und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Was? Kannst du nicht? Oder könntest du vielleicht den Kopf abreißen mit deiner coolen Armbewegung. So, okay. Frage. Okay. Wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von fünf weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Hm. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Hm. Das, ja, das wollte ich gerade sagen. Toll. Toll. Du sitzt hier rum und ich hab Roman auf dem Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens, du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir. Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Aber hallo, das heißt also, sie sitzt hier rum und wartet darauf, dass wir ihr Sachen bringen, die sie dann schnell liest und uns sagt, wo wir als nächstes hingehen sollen. Ist das jetzt best quasi? Hab ich das richtig so zusammengefasst? Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Hm. Hm, gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Hm. Verstehe. Hm, na gut. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier. Ich zeige dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Ah, dann gute Nacht und lass dich nicht unterkriegen, Patty. Hm. Tja, das ist so eine typische Risen-Quest, die ich doof finde. Sie sitzt hier rum und wir müssen jetzt... Naja, gut. Egal. Wollen wir mal schnell gucken. Ähm. Rückenburg-Kirn, Kristallscheiben, das Erbe des großen Piraten. So. Wow. Sie hat ja richtig viel eingezeichnet. Ist das das Richtige? Äh. Er hat gar nichts eingezeichnet. Ist die doof? Ähm. Ach nee, warte da. Die namenlosen Gräber. Ah. Grab, 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 Grab. Okay. Ja gut, das ist ja gleich hier. Da können wir ja theoretisch mal hingehen, ne? Wollen wir da direkt mal starten? Würde sagen, wir laufen da mal hin. Der ist ja gleich nebenan und gucken uns die ganze Sachlage erstmal gemütlich an. Ich bin ja eigentlich kein Grabräuber, sondern eher ein Magier. Aber, naja gut. Machen wir uns halt auch mal die Finger ein bisschen schmutzig. Vielleicht lohnt es sich ja. Hm? Hm, 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 hm. Hier war ich eh noch nicht. Hier unten, glaube ich. Hier wollte ich mal lang gehen, dann habe ich es doch gelassen. Fragen wir mal, was uns hier erwartet. Das. Sicher. Hallo, wer bist du denn? Vasili. Äh. Ja, das war ja auch nicht schwer. Du stehst hier einfach so sinnlos rum. Äh. Das hast du scheiße gemacht. So. Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Das heißt, du hilfst mir? Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbart Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit deiner Schaufel über die Insel. Aber vielleicht sind wir auch jetzt zusammen und ich versuche einen schönen Platz für ein Haus zu finden und die Schaufel ist nur für das Fundament. War daran gedacht. Kann ich leider nicht auswählen, wäre aber eine coole Option gewesen. Na gut, dann das. Na schön, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe befürchtet, dass das jetzt kommt. Ich muss zur Westküste. Leih mir deine Kampfkraft. Na gut, wenn es sein muss. Aber wenn du deine Suche dort beendet hast, bin ich wieder weg. Klar? Alles klar. Komm mit. Mach ich. Finde ich super. Der kann nämlich jetzt tanken, während ich hier die kleinen Vögel da abballere. Hatschi! Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Ja, fackeln ist das richtige Wort. Und eine Bäre. Na, looten wir mal die zwei Vögel da. Mensch, die waren ja richtig schnell down. Cool. Vogel, Vogel. Da ist der andere. So. Ich habe nämlich gerade überlegt, der könnte ja eigentlich nur so vorrennen mit seinem lustigen Schwert und ein bisschen tanken. Die Akku quasi ziehen. Und wir stehen hinten und ballern drauf. Und Hatschi! Bam! Das ist richtig geil. Oh ja. Ich liebe den Feuerball jetzt schon. Ein Feuerball für drei Seegeier. Das ist echt top. Super Sache. So, noch mehr Krottelis. Hier noch eine Beere. Und ein Pilz. Geh weg. Da ist noch ein Pilz. Guck mal. Und da ist noch ein Seegeier. Ui. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Ich habe die Schnauze voll von diesen Monstern. Da sagst du was. Oh. Warte. Wollte ich gar nicht anklicken. Wollte doch nur looten. Die Beere hier zum Beispiel. Dann das da. Die müssen noch ein bisschen näher zusammenstehen. Die Gegner. Dass der Feuerball auch wirklich AOE macht. Die Range ist nicht allzu groß. Aber es macht nichts. Das geht trotzdem echt gut. So. Ein Grünblatt hier. Mensch. Die ganzen Pflanzen hier. Da merkt man, dass ich noch nicht hier war. Eigentlich ganz schlau. Wenn man die Pflanzen immer mitnimmt. Auch wenn man sie nicht braucht. Weil dann weiß man. Okay. Hier war ich schon. Hier ist nichts Neues mehr. So. Hat auch einen Wolf gesehen. Ich brauche kurz einen Mana-Trank. Oh. Reichern. Willst du von mir? Hier. Oh. Gegen fest. Hau drauf. So. Ein bisschen Mana sparen. Oh. Upsala. Das war daneben. Hier. Du musst mal mit den Viechern umgehen. Dann müssen noch mehr Viecher. Ja. Dann schätzen wir uns hier mal wieder durch die halbe Insel wahrscheinlich. Oh. Pflanzi ist hier. Pflanzi. 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 Dumpi-dumdi-dumdi-dumdi-dum. So. Also Krallenfalter. Ne. Eine Grabmotte. Bam. Voll unser Arschloch. Ich glaube ich habe nicht mehr genug Mana. Warte. Unser Trinken. Kriegst du es hin? Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Ja. Gern geschehen. So. Weg hier. Ein bisschen looten. Noch ein Pilz hier. So. Links oder rechts? Ich gehe erstmal rechts lang glaube ich. Weil hier sieht es so aus, dass hier der Weg weitergeht. Aber wir wollen ja eigentlich... Warte mal. Wo ist denn das jetzt? L? Aha. Noch ein Stückchen weiter unten. Ich gehe trotzdem... Oh. Die Viecher. Die habe ich ja lieben gelernt. Aber vielleicht mit Feuerbällen sind die vielleicht einfacher. So war sie die. Viel Spaß damit. Oh. Die halten trotzdem viel aus. Äh. Da. Was sie die? Hinter dir ist was. Du suchst Ärger? Den kannst du haben. Oh. Pam. Nicht genug Mana. Oh. Äh. Nein. Zieh sie doch nicht weg, du Idiot. Na, erst mal die da. Oh. Oder beide auf ein Streich. Perfekt. Ja. So ist es relativ simpel. Das gefällt mir. Wenn der tankt. Schade, dass wir nicht dauerhaft so einen Anhänger haben können. Der quasi uns die ganze Zeit das weg tanken würde. Wobei. Dann wäre es vielleicht auch wieder ein bisschen zu einfach. So. Da ist noch eine Pflanze. So. Und da ist ein bisschen Gold. Ah. Sieht schön aus, das Gold. Ne? Da möchte man wirklich gerne reinhacken mit der Spitzhacke. Guck mal. Ich will mal kurz noch hier die Truhe öffnen. Hm? Da которой abundan ist,